Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen, Sie sind ein Befehl, Sie sind ein Befehl, Sie sind ein Befehl. Oh, meint euch das einfach nicht rum? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nicht als Feiglinge, Verreiter, Verstager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahre lang hat das Militär meiner Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden nur... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich habe ihn gut daran getan, um daran alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Was soll mit! juni? Ja! Das ist ohne! Ich bin sicher, wir müssen gelegt! even wenn ich dein Kuss auf meinem Kuss auf docs habe. Und ich有